Bist du ein Mann des Gesetzes oder ein Bandit? Ich glaube ein bisschen von beidem. Ich brauche einen Mann, der anständig ist und gut schießen kann. Halten Sie sich für geeignet? Sonst wäre ich sicher nicht in meinem Sonntagsanzug hergekommen. Dieses Land macht uns zu Männern. Die sind nur Mörder. Alles Diebe. Ich habe ein Neid geschworen, ihn zu beschützen. Ich gebe mit Sicherheit nicht auf. Hast du dir ein Zuhause geschaffen? Was würdest du tun, es zu bewahren, es zu beschützen? Ich zähle bis fünf und dann verschwinden sie von meinem Land. Lady, Sie haben zwei Kugeln in diesem Gewehr. Dann werde ich sie zweimal erschießen. Nur um sicher zu gehen. Kann ich dann auch Deputé werden? Wenn du zuverlässig bist und dich vor nichts fürchtest. Aber die wahre Kraft fallet dir nicht ein An. Bereits für einen Ritt? Ich dachte, du würdest nie fragen. Ich warne Sie. Ihre ruchlosen Tage sind Geschichte. 20 Jahre alt gibt Ja, ich sobald dich auch zu können. Untertitelung des ZDF, 2020